Politik ist öde? Bei uns so gar nicht. Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz, das bedeutet Weltklasse Wein, einzigartige Landschaften und schlaue Köpfe. Wir sind Sandra, Oliver, Bettina, Peter, Matthias, Mario, Hermann Otto, Alexander, Manuel, Carina und Till. Und zusammen bilden wir die Landesgruppe Südwest der Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Wir wollen den ländlichen Raum stärken, eine gesunde Verbindung zwischen Stadt und Land herstellen. Dafür brauchen wir eine moderne Verkehrs-, Bildungs-, medizinische und digitale Infrastruktur. Wir wollen innovative Unternehmen und Hidden Champions voranbringen, damit in Forschung und Entwicklung investiert werden kann. Wir wollen die Zukunft der Mobilität gestalten. Mit Innovationen statt Verboten. Mit konkreten Anfragen, Anträgen und Beschlüssen wie mehr Tempo bei der Infrastruktur und für den Tourismus machen wir konstruktive Oppositionsarbeit. Wir lieben gutes Essen und Kultur. Deswegen setzen wir uns besonders jetzt für unsere Gastwirte, die Kulturschaffenden, aber auch unsere Produzenten und Händler ein. Südwesten, das ist Leben und Leben lassen. Mit Freude, Genuss und Genialität. Wir sind die Landesgruppe Südwest und vertreten deine Themen in Berlin.